Musik Hallo zu einem neuen Video. Dieses Video soll euch einfach motivieren, mehr auf euer eigenes Team zu achten und somit eure eigenen Siegchance zu erhöhen. Ist einfach so ein kleines Motivationsvideo, damit ihr seht, was man erreichen kann, wenn man sich im Chat ein bisschen abstimmt. Schaut es euch an, damit ihr wisst, was ich meine und versucht es in euren Spielen einfach anzuwenden. Seid einfach der, der als erstes Anweisungen im Chat gibt, weil die meisten Leute, die lesen das und hören wirklich auf euch, weil die wollen natürlich auch eine gute Runde haben. Mir haben somit viele Runden deutlich mehr Spaß gemacht. Es hilft euch und euren Team. Es motiviert auch euer Team. Er verlängert auch die Spielrunden. Und falls ihr vielleicht die gezeigten Spielausschnitte sogar öfter selbst miterlebt habt, dann schreibt es doch in die Kommentare oder stimmt oben rechts in der Umfrage ab. Wir haben einen TfN-14 und einen TfN-30 mit dabei gemacht. Das ist schon mal schön. Wir haben einen TfN-14 und einen TfN-14 und einen TfN-14. Wir haben einen TfN-14 und einen TfN-14. Wir haben einen TfN-14. Wir haben einen TfN-15. Wir haben einen TfN-14 und einen TfN-14. Das ist jetzt schon so, dass wir das einfließen können. Jetzt sind die Säge, 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 die Säge. Dann schießen sie gleich weg. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020